split ist auch der weiber mit wenn ihr weiter spielen willst falls du lineups hast und du bist gestimmt naja ich weiß bin gerade am dampfen spielen wir dann spiel ich kann weiß man mag hier nicht so gerne spielen wo man es hier verdammt gut mit seinem teleport jetzt super viele engels spielen mit dem hier oder ich bin überlegen mir überlegen ob ich astra geben soll nee wir brauchen keine astra wenn wir einen moment haben wir auf split lieber was anderes ich kann noch double fields spielen page page auf mittel wäre cool mhm maybe the best choice jup wenn wir das gewinnen könnte es unser rank up sein für gold 3 ja dann anstrengend sonst gibt es so ist letzte ohne war gut wieder voll im business ja hoffentlich kann auch zufall gewesen sein ich denke nicht ich habe bald auf wendel geswatcht letztes game war der trick ich bin fast dieselbe kommt wie wir nur haben die keine sky sondern breach bin ich anmütet ja ne ja 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 sehr gut schönes ding kai ich küsse doch dein herz was hast du gemacht ich bin fast dem das gesicht weggeschossen es ist halt auch so eine starke pussy mit omen auf der kiste in der ersten runde das ist das was ich meine halt das spielzeit der smoke die nice die engel mit der smoker dann stellt sich auf die kiste die können nix machen kriegen sofort ins gesicht mitte viel mit dem markt was hierbleiben das hierbleiben ich habe flash das gleich dabei piken flash jetzt hat einfach piken müssen ich habe extra gebetet für euch ich hatte nämlich nur noch aus wendel war der plan ich habe schön gespielt skr kann ich flash für mich b ich gehe für einen klick Ah, es ist viel Stay alive, ich bin lurking Still lurking, stay alive, please A double smoke side, no? A flash for you, onside, now coming Alle drei onside Schade, nice try Nice try, guys, good teamplay Ah, we need to eco No money Ja, half by is auch möglich One more low, sage low No armor Go for it Low low One is in the garage 49 on him Main Back He's going I'm the spike You don't have Nope Don't pick res Guy is holding Nice Good job guys Good job guys Well played Go on yet Don't sit down Not done yet Hast du die Gears von Bandle? Mhm Gerne doch Thank you Danke dir Mit der treffe ich gerade, ist total gut I tried to do something stupid on B, so maybe I'm dying So maybe I'm dying Be clear Let's see Let's see Let's see Come here I can hear you I can hear you I bait for you with pot Nice WTF Good job guys Altem Schwede Nice hold I like it I need flash I need flash I need flash I need flash Mid Good job guys! moment fühlt sich so gut dann auf dieser map ich liebe es sei die runde geht ab ich glaube ich verschieben ups re-frame alle gedroppt oh nein alter da kann ich auch nicht mit rechnen ich weiß ganz genau was ich weiß ganz genau was los ist die möglichkeit weiß wie selten ich die scheiße spiele man aber die ist so geil ja normal die bock mega war auch gut feier 22 euro oder so kostet die ja fake fake watch out already on site probably smoke for you okay Okay, move, move. Nice, ich hab so gebatet für dich Kai. Outplayed sein Urgroßvater, Alter. Ich hab einfach das Jumppad abgeknallt, dass du wegfliegst. Dass er mich kriegt mit seinem scheiß Ding, Alter. Und du ihn einfach refraken kannst, Alter. Einfach 9000 IQ. Das ist wieder die Glitch-Pop-Wert, ich weiß es einfach. Ja, ja. Gar nicht diskutieren. Geil. Alter. Oh man, auf dieser Map, Alter. Es ist so spaßig, Junge. Ich grinse gerade über das ganze Gesicht, Digga. Es ist so geil. Das Jumppad hat dich ja weggehauen, ne? Ja, aber war geil. Der Teleport war ja schon... ...am casten. Das Play war trotzdem einfach sick. Ich denke das mit Full-A, oder? Be clear. Oh man, Teleport, pass auf. Ich hab B, ich hab B. Ich... Ich... Ich will die CT vor Augen. Wo war die Augen? Raze? Das war Sage, ne? Von anderen. Our next Spieler stand. Ohhhhhhh. These Infos, Guys. Bike planted. Man war fahr. Hm, ja. No. Na ja, ich versuch Fracks zu kriegen Was, wie die geflogen ist? 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 Ich werde ich Teleportieren. Sky, schau mal mit mir. Ich werde ich Teleportieren direkt in der Körner in fronte uns. Unsere Reina macht leider nicht so die Frakes. Bisschen schade. Pick. Nice, go back, go back. Nice. Now go back. Feuerplage. Schwer damit zu rechnen, ey. Ey, kommt die um die Ecke aber so richtig, so richtig wie so eine kleine Schlange, ey. Scheiße. Ey, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, die kommt hinten. Ich weiß. Da hätte ich wahrscheinlich auch keinen Fokus gehabt. Ich war aber auch gerade mit den Gedanken ganz anders. Ich war gerade so mein hartes Cut. Scheiße, ich kann nicht aim. Sollte vielleicht mein Fenster zumachen. Was darfst du nicht denken? Ja. Was musst du ausblenden? Oh, noch Zeit. Was darfst du. Ich weiß nicht. oh mit so viel Nein, ich habe keine Muni mehr. Hätte ich Munition gehabt, dann hätte ich hier noch hochgekommen. Was ist das, guys? Was ist das? Was ist das? Ich kann ihn so doof sein und lurken mit einer Speck, vor allem wenn vier Leute da stehen. Wollen wir mal einen Double Peek spielen? Ja, warte, dann lass mich gell schwollen, schnell. Mhm. Ich glaube, die kommen ja sowieso da durch, egal. Die Wall war ja der reinste Trash von mir, halt. Ich port ihn hinter die Kiste hier vorne und dann peek ihn. Nein. Oh mein Gott. Was? Ich will auch. Als ob du die noch bekommen hast. Sag dir an, wenn der da ist. Flasch, Flasch, Flasch. Woah. Lul. Ich bin einfach mit Messer, das Ding ey. Oh Gott, das hat mich voll rausgebracht, Alter. Wie du die Rainer noch bekommen hast, so richtig lucky ey. Okay. Ja. Manchmal sehen die Sachen auch geil aus, ne? Da oben guckt sie nur so, also okay, ich weiß nicht, ich glaube. Let's push for me. I'm going to wall the first spot. Kannst du diesen Spot hier absmoken? Ich mach nämlich, äh, hier vorne die Wall hin, also hier wall ich. Ja, ich smoke top. Ähm, pack mal eine Smoke hier hin und die andere hier hin. Ja, okay. Ja. That's my smokes. My smokes on things. Hast du, hast du nicht komplett heaven. Muss aber hier richtig in die Corner packen. Dann ist alles abgesmoket. Meinst du jetzt die Ecke hinten links, äh, neben dem Spot oder den Spot selber? Hier direkt auf den Rafter. Ne, ne, ich smoke oben heaven. Let's go. Da, ne, ich. Ach, nö, hör, hör. ghost hr ger. Zehn das zu leer sind. Oh, ey. Okay, listen, I have a strat Sky, you're flashing mid So you guys can run upstairs And I flash heaven for you from China I'm just flashing through the wall And you guys can run up Go all heaven, please Believe Guy's flashing out And I'm flashing up Hoch da, Opa Danke Hey, it's here on the minimap Flush is coming, now Now hold, wait for free freaks Stage low On side slow Nice try Nice try Nice try If we go more close together We win this round easy We played it one by one and we had a one versus one situation at the end Let's go I'm flashing sight now Go backstab Go backstab One 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 You're holding city, I'm holding heaven I'm holding down 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 Race, let's fake B Give me the spike Give me the spike Give me the spike Sky, we will just wait and wait for the rotate Nice Nice You can go B Nice 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 Ich hab ihn einfach zu gerollt. Jump 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 jump. Ja, ich hab ihn in selben Spots. Ja, ich hab ihn in selben Spots. Ich hab ihn in selben Spots. Ich habe einen Alarm gemacht. Geh weg, ich mache hier ein Alarm. Es ist okay, Mid. Alter, wie die Mid gibt dir, Rainer. Er steht in der Smoke, Alter. Wer spielt das denn? So riskant sich in die Smoke zu stellen, da können wir alle reinbangen. Warum macht er das? Weil er Skinguider Vollidiot ist, deswegen. Er sieht den Skin und dann geht das ganze Gehirn auf einmal aus. Wenn er verliert, dann ist er sicher. Okay. Ich habe ihn bekommen. Du Hurensohn. Roll ist da. Nice, Kai. Ich habe für dich gebaidet. Komm auf. Nice. Oh, mein Rest war schön. Hat sich gelohnt auf jeden Fall. Ich habe die Dings geholt. Die Rainer. Oh, die hat zwei Breaks gemacht. Ziemlich geil. Sorry. Kann bei mir. Danke. 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 Höre ist oben. Warte. Einroger mit Abwand zu können G's hat. Boss. Es ist pleins. Du G's? Lass es mir in den Upbrand greifen lassen. Ich bete zu Gott. Der heilige Priesen, Mann. Das wäre schön jetzt. Oh, ich habe Uprank. Ja, ich auch. Alter, 34. Ich habe bloß 15, aber Uprank ist drinnen. Was für eine Omenrunde, ey.